Hallo, mein Name ist Tan Nühen, ich bin Geschäftsführer des Epidoo Verlages. Ich kann Ihnen heute drei spannende Projekte präsentieren oder zeigen aus dem Hause Epidoo. Einmal der Epidoo Verlag selber, das ist der erste Web 2.0 Verlag Deutschlands. In dem Sinne, dass die Leser bestimmen, welches Buch wir am Ende verlegen. Dann einmal Blog Dein Buch, das ist ein Portal für Verlage, in dem sie diese Rezensionsexemplare reinstellen und die Blogger bewerben sich darauf. Und einmal noch die E-Book-Cards selber, das ist das erste E-Book zum Anfassen und zum Verschenken. Damit ist es zum ersten Mal möglich, Buchhändler zu beteiligen, E-Books zu verkaufen im stationären Buchhandel.